Mach das wunderbar! Was ist denn da los? Das war's! Man denkt sich so, okay, Miss Fortune ist stark in Teamkampf, aber es hat Miss Fortune Support und die Platz hat instant weg. Hier spielt man jetzt Level 15 Jungler gegen Level 13 Jungler, um den 50-15er. Und jetzt kommt QV da mit einem Teleporter zu. Er hat keinen Homeguard, das ist natürlich ein Nachteil. Turn, 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 turn! Hier kommt er! Vergiven, Martin, Rio im Fokus, QV wird ihn holen. Jankos ebenfalls unvergiven, kann nichts für ihn tun. Er hat viel Schein, aber das reicht nicht. C ist hier einfach weiter durch, ran auf vorgeben, der wird gesloten, den wir mal abräumen können. Vergiven is down, triple kill für QV. Aber ist okay, man hat nur die Sieber Ultimate verwendet, das sieht schlimmer aus, als es ist, weil die kennen Ultimate sind. Oh Gott! Vorgiven, da müssen alle aufpassen, sind low und der Turm fällt. In der Zwischenzeit und jetzt. Und der holt sich vor GV, versucht es. Der stirbt hier nicht die SireUltimator gegen QV, zum Fokus, er kriegt QV. Immer noch die Ultimate Up, und die nutzer gar nicht. Die nutzer gar nicht. Rio ist währenddessen gestorben, das ist die entscheidende Nachricht. Vergiven kommt jetzt hier noch dazu, aber da kann man nichts mehr machen. Samson Galaxy spielt das hier einfach extrem souverän runter. Age to Game mit einer ganz ganz starken Komplim Mid-Game, das Ganze auch schön gelöst. Eher fast noch ein Early-Game. Hatten Knarren-Gapler mit diesen Olaf gegen die immobile Variante von Miss Fortune Edge und Victor. Aber dann kam es eben zu QV. Und QV ist natürlich in der Lage, in Canon später einfach Out-zu-Pressern und diese Trades zu nehmen. Und es gab keine Antwort auf den Split-Push. Es hätte einen Hard-Engage geben können. Sie hatten die Kompl dafür, aber sie hatten in entscheidenden Momenten zu viel Eier. Und in den anderen gab es keine mehr. Zu viel Eier im Sinne von, sie haben einfach nicht gewusst, wann sie diesen gewonnenen Teamfight zurückziehen wollen. Also ich finde, Samsungs kommen vor allem auf der Top-Set halt unglaublich stark. Und das ist dieses Farms transferieren natürlich, das liegt auch an God-Given. Das würde ich gar nicht leugnen. Oh, das ist ja auch wenn das sofort die Ultimate in der Jahr. Chrome mit dem Miasma nochmal da. Und die Zyra-Pflanzen vollstrecken ihn dann. Kill für Cole. JJ forgiven mit dem Flash. Hat allerdings auch kein Mana mehr. Und deswegen geht Ambition jetzt am Ende her. Zusammen mit Rula und Chrome mit dem nächsten Kill. Zyra-Ultimate hier mehr oder weniger zum Zonen, wenn man denn so möchte. Und QV weiter gegen Odu-Amne. Der ist low, aber kann sich noch verteidigen. Er hat noch den Einhebener. Oh Gott! Aber QV trotzdem hinterher. Und der macht den einfach. Einhebener gibt sich. Jankos nochmal hinterher mit dem Kick gegen QV. Finish den ja auch. Schön gespielt von ihm. Das heißt ein sehr spielter Andrache an dieser Stelle. Aber der Bergler hat trotzdem gesammelt und durchaus interessant. Oh, der Einhebener, da versucht man die Place, aber es klappt nicht. Und jetzt die Jinn-Ultimate, der Re-Engage. Jankos im Guardian Angel. Ambition versucht an Forgiven dranzukommen. Aber jetzt sind sie weit gesplittet. Jankos abgeräumt. Müssen zusammenbleiben. Ambition jetzt nochmal dran. Crown von der Flanke rein. Und QV kommt an Rio. Der kann da nichts machen. Und jetzt versuchen sie aufzuräumen. Und das klappt auch. Double Kill. Forgiven läuft da um sein Leben. Nutzt immer das Heal. Odo Amne fast kurzzeitig überhitzt gewesen. Er ist wieder dran. Und das war es auch für Odo Amne. Und Forgiven keine Chance. Ace und Samsung Galaxy sichert sich hier das 2 zu 0. Sehr schön gemacht von Ihnen auf der anderen Seite. Jankos mit seinen dritten fehlerhaften Insect in diesem Spiel. Dafür stirbt er. Und da kann man jemanden da auch nicht mehr rechtfertigen. Viele haben gesagt, das ist ein Jankos 1 vs 5. Am Ende hat er sich auch in die Fehlerliste eingereiht. Genau. Die bei Rio wieder begonnen hat. Und die am Ende niemanden außen vor dies. Die hat bei Rio angefangen. Die ist überall Odo Amne in der Toplane gegangen. Dadurch wurde QV einfach zu einem absolut unaufhaltbaren Monster auf Jace. Und die hat dann im Endeffekt auch bei Jankos aufgehört. Ähm. Ähm. Ist mir echt ein verfallender Blick. Hätte ich gedacht. Da war Malte ein bisschen mehr auf Zack als ich. Oh. Das ist gut. Ja, der Cocoon sitzt. Und da geht man jetzt hinterher. Forgiven. Forgiven. Keine Chance. Und dann geht Jankos hinterher. Und dann ist er trotzdem gut. Wasted Flash. Jankos ist halt wirklich eine Augenweide, den hier zuzuschauen. Und er macht wirklich alles richtig. Und jetzt will man in den Dive gehen. Gegen Ruler. Natürlich 1 gegen 3. Der versucht natürlich Jankos zu nehmen. Aber keine Chance hier. Jankos mit Arco. Flash doch mal hinterher. Und tatsächlich nimmt er ihn nochmal mit. In 1 gegen 3. Das war stark. Wer braucht schon Eis geborene Handschuhe. Dem haben wir alle Trinity. Das ist super mega viel Disrespect. Aber es ist auch einfach. Es ist natürlich, ja. Es ist Disrespect. Aber es ist in dieser Situation auch einfach gut. Weil du das 1 gegen 1 gewinnen kannst. Jetzt kommt JJ im Fokus. Hier geht Jankos nochmal rein. Ja. Aber man hat jetzt den Supporter bekommen. Währenddessen allerdings kommt hier der Damage auf ihn drauf. Der Laser. Es reicht nicht ganz. Cooler. Es ist jetzt gerade sehr viel, was die Galaxy übertreibt. Ein bisschen bleibt einfach auf der Stelle stehen. Also es sind aber alle eingefällt. Rio ist halt down. Und man hat den Midlaner nicht mehr zur Verfügung. Während sie auf der anderen Seite zu fordern nicht haben. Erste Nexus Turret. Zweite Nexus Turret angegangen. Und jetzt müssen die eigentlich nochmal feiern. Wenn sie das hier nicht irgendwie Hände in den Schoß legen noch verlieren wollen. Aber sie stehen da im Nexus. Wissen überhaupt nicht wie ihm geschieht. Da werden ihnen die Unterhosen auch nochmal ausgezogen. Denn das ist der Nexus. Und der Sieg für Samsung Galaxy. Und damit das 3 zu 0. Und da ist es passiert. Das letzte europäische Team, das letzte westliche Team ist raus. Wir haben das koreanisch-koreanische Finale. Samsung Galaxy explodiert hier regelrecht. Es ist einfach, es ist einfach insane. Super insane. H2K in den ersten beiden Games haben sie sich so verkauft. Mache, das ist wunderbar. Mache, das ist dann los. Das ist ein Wunderbar! Das ist ein Wunderbar! Das ist ein Wunderbar! Vielen Dank.